Hast du noch eine Map Darko? Eine noch ja. Dann sagt man 2 1 1 7 3 3 4 5 3 3 4 5 5 8 7 8 5 8 7 8 Lava Antique Deathrun mit XP 50 Level spielen. Map Code gibt es auch wieder unter dem Video in der Videobeschreibung und mal schauen was mich erwartet. Darko kennst du schon, der hat sich schon wieder 100 mal gespielt. Ich kenne sie ehrlich gesagt auch noch nicht und ich hoffe, weil die letzte kanntest du scheinbar schon, dass du die nicht kennst. Erzählte, der spielt alle Wips 100 mal vorher. Selbst wenn es so wäre, irgendwann muss sie ja testen. Und nein, die davor kannte ich zwar, ich habe die aber nie durchgespielt. Irgendwann habe ich aufgegeben. So, wollen wir mal gucken. XP Glitch. 10 mal Level, okay. Coin. Found at every cent level. Give a medium reward. Ah, okay, 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 ich verstehe nichts. Na dann, ähm, ach ne, startet von alleine. Hey Darko. Ich bin los. Hast du das Spiel starten? Das ist schon gestartet. Okay, Checkpoints geben keine XP. Ja, ist komisch. Okay, du kannst nicht klettern. Und sprinten auch nicht. Ey, das ist voll schwer. Ja, warte mal. Warte doch mal, geh doch mal weg. Ich will doch mal springen. Oh, fast hätte ich's. Alter, willst du mich verarschen? Oh. Alter. Ich warte erstmal. Das ist gar nicht so einfach. Ey, diese mittlere Textur geht weiter, als du denkst. Da kannst du ein bisschen später abschwingen. Wow. Das, ja. Ich grad, du musst mir doch erzählen. Bei welchem Checkpoint sind wir gerade? Hast du das gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Müsst es sein. Oh, schwenke. Verkackt. Noch mal verkackt. Noch mal verkackt. Ich hab grad nicht mal mehr diese Holbein hier. Hey. Hey, du. Die macht halt einfach nichts. Die macht nur Farbe. Hab's rausgerufen. Okay. Nein, so nicht. So nicht. So auch nicht. So, hey, spring doch. Hat wieder gestuckt bei mir. Oh, nein. 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 Aber so. Ah, jetzt. Hast du gerade gestorben? Nein. Hier ist ein Coin. Ey, jetzt zwingt hier meine Bautskugel weg. Boah, tausend. Das geht ja noch. Das muss doch gut. Ey, jetzt sind drei, viermal hintereinander nicht gesprungen. Okay. Nein. Dein dicker Skin. Der schubst mich immer und überall runter. Siehst du? Siehst du? Äh. Äh. Dein Skin schon wieder. Ey. Ey. Ich stand da drauf. Hä, was ist denn das? Alter, willst du mich verarschen? Ey, danke. Du suchst nie wieder Maps aus. Was ist denn das hier für ein... Kann ich zurückkommen? Alter. Kann ich zurückkommen. Alter. Alter. Hier, guck mal, ich stand da drauf. Hier. Was ist denn das? Die hast du auch 100 pro Tour entwickelt. Entwickelt die Map. Ey. Ich rutsche da ab. Da steht einfach nicht drauf, der Hund. Ey, du fehlst nicht doch. Du springst irgendwie, laut meiner Perspektive, erst nach vorne und dann drehst du dich zur Seite. Ich bin da einfach drauf gestanden, hab mich gedreht und geradeaus in die Richtung gesprungen. Ja, man sieht's. Hm. Wie ist denn das, ey? Du suchst nie wieder Maps aus. Oh. Darko darf nie wieder Maps aussuchen. Erstens der Schub. Du schubst mich überall runter. Und dann ist es wohl noch so eine Kack-Kack-Map, wo mein Charakter nix macht. Fünfter. Sechstausend EP. Er leg mich auf, ey. Darko, deine Maps noch. Nie wieder. Ich werde eine Map aussuchen. An der wirst du verzweifeln. Ich hab nicht mal gedacht. Ey, das ist einfach nur 50 Level und die sieht schick aus. Ich wollte euch wissen, dass die so schwer für dich ist. Scheiß aus Schick-Aussehen. Die soll Spaß machen. Die macht keinen Spaß. Alter. Ich bin ein Teil der beratsfordernde Springer. Oh. Ah, Gangshane. Wo bist du denn? Ich will nicht so sehen. Oh, ne. Irgendwann ist Oma hier. Zappenstreich. Oh, ne. Oh, ne. Da freu ich mich. Äh? Ich komm doch nicht hoch. Der ist jedes Mal drauf. Aber war uns irgendwie ab. So ging es mir vorhin auch. Mit diversen anderen Abschnitten. Ne. Na, na. Ne. Ey, wieso? Oh, nein. Ey, das ist wie dieser hässliche Baumstamm. Wenn man nicht zentral mittig ist, rutscht man an der Seite weg. Ah, jetzt aber. Ach du Scheiße. Oh, noch mit Türen. Kann man die wieder zumachen irgendwie? Das ist nämlich scheiße, wenn du die ausnutzt. Mist. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab's geschafft. Vier tausend. Alter, wegst du mich? Diese Map. Ich bau's immer beim letzten ab. Diese Map macht mich wahnsinnig. Kleiner Tipp, spielt diese Map nicht. Es ist Status Map. Ah. Ich hätte vielleicht was sagen sollen, wahr? Hey. Darko, pass auf. Da ist eine Falle um die Ecke. Ich scheitere schon an der erste. Ich hab den Skin und ganz langsam zum Boden fallen sehen. Und ich sehe den Schatten von dem Skin. Ich bin da nicht. Ja, die Deckenfallen, die sind halt richtig creepy. Die sind, die tun gefühlt früher als alle anderen Fallen aktivieren. Ja, das ist mir hier auch passiert. Ey, du, du stehe. Ich hab dich angerempelt. 100%. Ja. Ey, was ist da oben? Ach, da müssen wir hin. Secret. 15.000 EP. Wow. 16.000. Ich sag ja, weil du die Map kennst. Du hast die schon tausendmal gespielt. Ne, ich hab noch einen extremen EP-Boost. Ja gut, den hab ich nicht mehr. Oh Gott. Geschafft. Ich krieg den immer nicht hin, den Hohn. Ähm. Wow. Okay. Hier wird Darko ein paar Mal verrecken. Wieso warte ich eigentlich immer? Ich seh die Münze. Ich warte bei der Münze, oder? Ne, ne, ja, ist gut. Ich warte hier. Und wie viel Leid kriegst du mein Foto? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh Gott. Gönne ich mir einen Schluck-Karwee. Klar. Mhm. Hey, hier war keine Münze. Ne, die kommt hier. Okay. 2000 bei mir. Ähm. Ey, jedes Mal der letzte. So. Ach du Scheiße. Okay, hingekriegt. Hingekriegt. Nein. Ähm. Weil du von Baumstämmen geredet hast. Freu dich. Was hast du denn für Krüppeldinger? Oh Mann, die haben auch so leid. Die ist krass. Hey. Ach, die vom Pflegedienst. Die lachen schon wieder so laut, als ob die, äh, keine Ahnung, Musik im Ohr haben. Das ist durch voll bis in die Wohnung rein. Ich hab's doch auch geschafft beim ersten Mal, Darko. Ja, jetzt bin ich auf einmal viel weiter als vorher gesprungen. Kann man mir nicht erklären. Ich vertraue der Wiese nicht. Danke da, du Arsch. Hey, Eik, hau ab da. GG. Erster. Ja. Und es gab nochmal 6400 für mich. So, und 100% ist hier ein XP-Glitch versteckt. 100%ig. Keine Ahnung. Bei so einer Drecksmap muss es sein. Oder Darko hat ihn schon mehrfach ausgemerzt und wir können nichts mehr machen. Sag ich ja, Darko hat alles ausgemerzt. Toll. Nicht mal mir gönnt er XP. Happen. Wo geht's zurück? Boah, die sieht geil aus. Guck mal, die sieht geil aus. Deine Gruppe ist zu groß für diese Insel. Oh, schade. Scheiße. Ikea, 50-Level-Easy-Noob-Dev-Fan. Darko. Ähm, ja, warte mal kurz. So, dann werde ich mich jetzt hier von der Map verabschieden. Ich werde mir hier die Map-Codes aufschreiben und die werden wir auch noch spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, das Kommentar. Insel-Code der Map gibt es natürlich in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns spannend. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.